Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battlecraft Commentary. Ich gehe erst mal. Eieiei, ging nicht so schnell. Ähm, ja, hier sind wir wieder im Auge des Sturms und gemockt habe ich jetzt, das ist Season 3, warte mal, war das 13? Ne, Season 12. Ein schönes Set, wobei die Schultern, die Schultern haben was, aber haben eben, ich weiß nicht, sind ein bisschen komisch, aber irgendwie doch nicht. Na, ein bisschen nach die Seite, damit man das besser sieht, ne. So sieht das Ganze aus. Eigentlich ist das für den Helm auch irgendwie komisch. Ich finde das irgendwie, es hat Asymmetrie, es ist asymmetrisch, aber dadurch ist es irgendwie interessant, also weiß nicht. Mir gefällt es, mir gefällt es nicht. Keine Ahnung, also es ist total, ja. So, wir drücken den Gegner heute einfach nochmal schön ins Gesicht, das heißt, die Skillung bleibt heute die gleiche. Genau. Ja, ich lasse alles gleich. Ich will den Leuten einfach mal ins Gesicht drücken. Mit übergehen. Mein Running Gag. Ich könnte ja mal alles zusammenschneiden mit Genen. Oh Gott. Das ist mehr Arbeit. Beziehungsweise, es wird ja nichts bringen, ich wäre nur um Genen. Das ist ja nicht mal was Lustiges, eigentlich traurig. Cool, schon war ich nicht. Durchs Genen. Warum muss man eigentlich, warum kommen eigentlich immer die Tränen, wenn man genet? Zumindest, zumindest ist es bei mir so. Gucken wir mal so ein bisschen die Tränen, die Augen hin. So. Hätten wir mich jetzt gesehen, können wir mal nicht mehr gerade aufgestanden. Dabei bin ich schon seit, ach, zwei Stunden wach. Nein, länger. Ne, ne, ich schlaf nicht bis zum zwei. Keine Angst. Die Zeiten sind vorbei. Das war ja mal echt heftig. Aber das waren so Zeiten. Erstmal dann um fünf Uhr ins Bett und um sechs. Ja, dann ist man halt nachmittags erst aufgestanden. Das geht eine Weile und dann irgendwann denkst du dir, scheiße, ich muss was machen, das geht nicht so weiter. Ist auch nicht toll auf der einen Seite. Aber gut, ist ja vorbei. Können wir das schön einnehmen. Und dann können wir gleich da rüber gehen. Und rüber, und nochmal gehen. Es wird Licht auf. Ich glaube, wenn ich Sänger wäre, hätte ich ein riesiges Problem. Oder der Kommentator oder irgend sowas. Co-Francier, Moderator. Was auch immer. So, dann hauen wir dir nochmal an die Fresse. Na, ist dann. Oh, na, Schammi ist wieder da. Fühlt mir ihn. Na, fehlt es nicht dann. Stun, habe ich gesagt. Jetzt habe ich zu spät geschaltet, aber ich wollte die Bubble benutzen. Ist da überhaupt noch jemand? Ich war ja allein, super. Na dann, muss ich mich nicht wundern. Er hätte die Bubble wahrscheinlich auch nichts gebracht. Was, warum habe ich denn da so viel reingedrückt? Irgendjemand hat da kein Gier. Wahrscheinlich die Eiskönigin. Der Schammi da. Boah, ey. 96.000, da gritt's aber. Das sind ja schon fast Legionzahlen. Ne, nicht wirklich. Aber der hat kein Gier. Der hat die wahrscheinlich auch abbekommen. Bekaltor, direkt den Stun. Du kriegst... Ne, das hast du gar nicht gebraucht. Ich hab dich, genau, verlangsamt. Ja, das bringt dir nichts. Lauf ich einfach weg. Das Bubble mal einfach. Noch Freedom. Theru, du wirst nicht gewinnen. Glaubst doch einfach mal. Jetzt sowieso nicht. Er wollte es nicht wahrhaben. Ich hab's jetzt wahrscheinlich auch probiert. Oh. Gott, ich bedankt. Bitteschön. Gerne. Oder tun wir euch nicht hin? Ja, respawn. Dann müssen wir wohl in die Mitte. Allein irgendwo angreifen macht nix. Der drüben alleine hat auch keinen Sinn. Dann müssen wir durch die Mitte pushen. Bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig. Heilmonk. Poach. Mage. Poach. Ne. Priest. Ist denn hier noch ein Mage? Ach ne, das war der eine. Hörtlich war er. Zwei. Eins. Bäm. Ähm. Den Mage will ich eigentlich haben. Oh, komm. Komm ich dran. Ich glaube, dass du oben bist. Das lasse ich mir nix mal. Und tschüss. Dann geh ich doch. Nein. Oh, scheiße. Ich hab gedacht, ich hab die Bubble noch. Aber den war nicht so. Den kriegen wir nicht mehr hoch. Gucken wir mal, ob wir den wegzimmern können. Ja. Das ist der nächste. Das brauchst du nicht, das tut ja. Ich hab doch noch Handauflegung genutzt. Okay. Ja, gut. Ich hab doch noch Handauflegung genutzt. Was machen die hier? Nein, Feral, du hast da nichts verloren. Du kriegst ein Inline. Du stirbst, ey. Mach ich doch. Jetzt muss natürlich nur einer da unten die Flag holen. Ne, Feral. Wurde ich keinen Bock drauf. Einschreiten. Nice. Der kann's. Und der nicht. Schön. Danke. Und der ist ja auch mal. Die Flagge kannst du theoretisch nicht abgeben. Uh, das sieht übelst aus. Geh ich mit dem mal rüber. Vielleicht kann mir irgendwas erobern. Ja, wahrscheinlich. Krieg ich den noch? 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 Okay. Krieg ich den noch? Ich würde das nicht auf den Match gehen, aber auch. Ah, mal ein Schuss. Noch mal ein Schuss. Wo ist der Mage? Ja. Oh, jetzt zeigt er mir wieder die Heilung nicht an. Man kann's ja rechnen. Ach. Na? So, jetzt aber. Wenn der Mage so nett ist, bufft er auch noch. Jetzt haben wir mal den Punkt. Das haben wir. 20 Punkte haben wir mehr. Jetzt geh ich aber rüber und helft lieber drüben aus. Ansonsten nehme ich Sinn. Wo soll ich geheilt? So. Pre-patch. Ja. Wann er kommt. Wenn das Video hier veröffentlicht wird, ist er wahrscheinlich schon draußen. Oder noch nicht. Noch jetzt nur zu heißen, da muss ich nicht hin. Und darf ich mal ein bisschen. Ja. Irgendein Schurken, der kann uns nicht einfach rüber. Aber ich kann mir auch den Backpedal and Druiden helfen. Zumindest zu helfen. So. Kaputt. Auch kaputt. Freedom. Langsam. Langsam. It's long. It's done. Und dann Zimmerman. Wahrscheinlich weg. Wall is up. Nicht, dass du auf deine Gedanken kommst. Ach, natürlich. Jetzt kommen sie alle hier. Und babbeln. Warte, wo seid ihr, wenn wir euch brauchen? Ich brauche euch gerade wirklich. Ich brauche euch nicht. Ich brauche zuerst mal ein Stun. Aber du bist mit und am gefährlichsten. Das war keine gute Idee! Ich hab gedacht vielleicht... jaa! Lass das aber mal sortieren... lol Egal ob doch der Hexe... ob doch der Schamiel und der Hexe sind verreckt! Das war schon nett... Sind sie jetzt hier? Ja da ist was... Du kriegst erstmal einen Stun... Und dann kriegst du eine Power zu spülen... Ja mach ruhig dein... äh... mir egal... Puh... Nein... du bleibst hier... Du bleibst hier... der ist mir... Lange machst du das nicht mehr, wenn du kein Heel bekommst... Oha da ist ein Hexer... Hallo Hunter... Hexer Stun... Jetzt holen wir den mal weg... Oho der passiert ja auch richtig... Dann brauch ich mich nicht zu wundern, dass er so schnell zurück ist... Jetzt ist der Nächste der stirbt... Dann gehen wir mal hinterher, dass der da endlich mal Ruhe hat... Jetzt wirst du erstmal gestunt... Weck in freedom... Alter Schwede... Stoppt der endlich mal... Geht doch... Deren hier... Töten wir den... Eigentlich müssen wir da auch hoch Leute ne... Nicht dass der Hunter da auf dumme Gedanken kommt... Killing Spree... Jetzt haben sie behaucht... Nein... hier gibt es keinen Stun... Keine Heine... Keine Erdbindung... Ich muss hier gar nicht rummachen, Freund... Du bist gleich gelootet... Okay, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst... Und schon ist das Thema erledigt... Tja... Was passiert wenn wir halt... Durchlaufen... Konnt ja schön durcharbeiten... Also durchziehen... Tid und so weiter... Ja... Entsprechend... Das haben wir... Das haben wir... Wir führen... Aber... Die haben noch die Flagge... Zwei Punkte... Einbringen... Haha... Nö... Eiskönigin... Hier geblieben... Du kriegst jetzt erstmal ne Tragbügel... Was ist da... Was ist... Ist da Ink... Was ist da... Ne Opfer... Weg... Feral... Wig... Ne Monk... Dann bock ich mich, auch egal, dann bringt dir dein Karma nix. Ja, scheiß fett. Bock ist load, aber renn mir hinterher. Ich wusste es, ich hab nicht drauf geachtet, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Properly's können wir übrigens auch schubsen ins Knockback, haben aber übrigens auch einen Knockback zukünftig und Distipreaster, wenn sie wollen. Oh, wir haben hier so dezent Incoming heute. Reiner down. Oh, cool, ein Heiler dabei, nice. NICE! Oh, das war doch ein bisschen knapp hier, 1319 haben sie noch gemacht. Boah, 5 Millil. Pfff. Toll. Nicht schlecht. Nun gut. Ja, war ne ordentliche Runde. Alles mögliche dabei. Also mir hat es Spaß gemacht, hoffe ich auch natürlich. Gut, da machen wir Schluss. Äh, ja klar, fertig, ne? Dann sag ich mir vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn was sein sollte, ab damit. Auf Twitter, Facebook, Kommentare und so weiter. Na, natürlich auch Transmog, wisst ihr ja, erinnert sich ja nicht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.